»Der Hase im Rausch« von Sergej Michalkow Der Igel hatte einst zu seinem Wiegenfeste den Hasen auch im Kreise seiner Gäste, und er bewirtete sie alle auf das Beste. Vielleicht ist auch sein Namenstag gewesen, denn die Bewirtung war besonders auserlesen und geradezu in Strömen floss der Wein, die Nachbarn gossen ihn sich gegenseitig ein. So kam es denn, dass Meister Lampe bald zu schielen anfing, er verlor den Halt, er konnte nur mit Mühe sich erheben und sprach die Absicht aus, sich heimwärts zu begeben. Der Igel war ein sehr besorgter Wirt und fürchtete sich, dass sich sein Gast verirrt. »Wo willst du hin mit einem solchen Affen? Du wirst den Weg nach Hause nicht mehr schaffen und ganz allein im Wald dem Tod entgegen gehen, denn einen Löwen wild«, hat Jüngstmann dort gesehen. Dem Hasen schwoll der Kamm, er brüllt in seinem Tran. »Was kann der Löwe mir? Bin ich sein Untertan? Es könnte schließlich sein, dass ich ihn selbst verschlinge. Den Löwen her, ich fordere ihn vor die Klinge. Ihr werdet sehen, wie ich den Schelm vertreibe. Die Sieben heute, Stück für Stück, ziehe ich ihm ab von seinem Leibe und schicke ihn da nackt nach Afrika zurück.« Und so verließ der Hase also bald das fröhlichlaute Fest und er begann im Wald von einem Stamm zum anderen zu schwanken und brüllt dabei die kühnlichsten Gedanken laut in die dunkle Nacht hinaus. »Den Löwen werde ich zerzausen. Wir sahen in dem Wald noch ganz andere Tiere hausen und machten ihnen doch den blutigen Garaus.« Infolge des geräuschevollen Gezehters und des Gebrüll des trunken schwere Nöters, der sich mit Mühe durch das Dickicht schlug, für unser Lüwe auf mit einem derben Fluch und packt den krasen Krop am Kragen. »Du Strohkopf, willst es also wagen, mich zu belästigen mit dem Gebrüll? Doch warte mal, halt still. Du scheinst mir ja nach Alkohol zu stinken. Mit welchem Zeug gelang es dir, dich derart sinnlos zu betrinken?« Geräusche